Roland hat die perfekte Lösung für kleine Dentallabore, die die Vorzüge einer digitalen Dentalfräseinheit nutzen möchten. Niedrige Anschaffungskosten und einfache Bedienung machen die DWX4 genauso als zusätzliche Fräseinheit für größere Labore interessant. Wir präsentieren die revolutionäre DWX4, die kompakteste und kostengünstigste Dentalfräseinheit der Welt. Die DWX4 ist zwar kleiner, besitzt aber dieselben Präzisionsfräseigenschaften wie unsere beliebten DWX50 Dentalfräsmaschinen. Sie bietet vierachsiges Fräsen, standardmäßiger Block- und Pintype-Materialien aus Wachs, PMMA und Zirkonoxid. Jetzt ist es noch wirtschaftlicher, einzelne Kronen oder kleine Brücken in kurzer Zeit zu fräsen. Und die Bedienung ist so einfach. Nach der Initialisierung der DWX4 durch Drücken einer einzigen Taste können Sie die CAD-CAM-Datei von Ihrem Computer senden und die Fortschritte beobachten. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Ein automatischer Werkzeugwechsler bietet zwei Werkzeuge für vierachsiges Präzisionsfräsen vom Anfang bis zum Ende. Im Gegensatz zu herkömmlichen CNC-Fräsen steuert Rolands bedienungsfreundliches V-Panel die Maschinendiagnostik, die Kalibrierung sowie den Fräsprozess direkt von Ihrem Computer aus. Das V-Panel protokolliert sogar die Betriebszeit und die Werkzeugstandzeit, um die Wartung zu vereinfachen. Mithilfe des großen Sichtbereichs und der LED-Beleuchtung können Sie die Produktion überwachen. Eine Statusanzeige warnt Sie bei allen Störungen oder Fehlfunktionen, um Ausfallzeiten und Materialverschwendung zu verhindern und einen zuverlässigen Fräsprozess zu ermöglichen. Die DWX4 schickt Ihnen sogar eine E-Mail, wenn eine Störung aufgetreten oder eine Aufgabe abgeschlossen ist. Das in der DWX4 integrierte Luftgebläse und ein Negativ-Ion-Generator verhindern übermäßige Staubbildung beim PMMA-Fräsen. Ein Staubsammelsensor verhindert den Maschinenstart, wenn die Absaugung versehentlich ausgeschaltet ist. Dank der offenen Architektur der DWX4 können Sie immer mit den neuesten Fräsmaterialien und Softwareprogrammen arbeiten. Wenn Sie bereits eine digitale Produktionslösung besitzen, kann die DWX4 problemlos mit ihrem vorhandenen Dentalscanner und kompatibler Software verwendet werden. Außerdem sind Sie nicht gezwungen, sich auf eine einzige Materialquelle zu verlassen. Wenn Sie sich gern vergrößern möchten, können Sie mit der DWX4 bis zu vier Roland Fräsmaschinen über einen einzigen Computer betreiben. Vor allem aber können DWX4-Besitzer auf die Roland Care Kundenbetreuung zugreifen, die in über 133 Ländern zur Verfügung steht. Die DWX4-Dentalfräseinheit – minimaler Platzbedarf, maximale Möglichkeiten.